Wie seh ich aus? Bin ich, bin ich schwarz? Bin ich schwarz? Big Wall-Ein heißt euch recht herzlich willkommen hier bei Killer auf dem Kanal, auf dem MWM-Kanal. Was geht? Hey, hey, hey Leo. Keine Hackenkreuze, geil. Yeah. Das gibt jetzt hier die Aufnahme, die ohne Hackenkreuzaufnahme. Genau. Also, also. Also. Peng, peng, peng. Zeit für ein bisschen Lärm. Zeit für ein bisschen Lärm. Klar, ich schieß ihm ins Euglein, er stirbt nicht, weil er behindert ist. Juhu. Schön Messern, Messern, Messern. Oh, oh. Sie klopfen an der Türe. Ich werde erstmal ein schönes Messer in den Hals reinstecken. Oh, ich glaube, ich muss schon wieder diese schöne Landschaft da draußen bewegen. Ja, ich will auch. Oh. Der grüne Bus da hinten, da sieht irgendwie so nach Urlaub aus, oder? Ja, warum sind wir eigentlich hier draußen, äh, drin? Wie seh ich denn du aus, Mensch? Wie seh ich aus? Bin ich, bin ich schwarz? Bin ich schwarz? Die erste Frage, oder bin ich schwarz? Die einzige Sorge, bin ich schwarz? Wie seh ich aus? Bin ich schwarz? Also, die seh aus wie ein Po, wie ein Russe, ein Pole, ein Russe. Oh, ja, genau, wollte ich auch grad sagen, wie ein Pole irgendwie. Obwohl, wir doch, wir sind doch DAICHE! Wir kämpfen hier gegen die DAICHE! Wir trinken die Kartoffelköp. ALTER! Ich hab das halbe Magazin, das ist besonders, dass der immer noch in den Feld. Ich kann dich sehen, mit deiner Pistole. Mensch, Wodgü! Was viel entlärmt man? Mensch, Otka, Otto. Beware of the six. Oh, ich hab ne schöne Karabiner. Jetzt auf einmal. Okay, soll ich das glauben? Die an die Kohle fließt, nicht? Geht doch nicht zu einer Maschinenpistole! Die Polen sind irgendwie auch deutsch. Daichi! Hier ist alles voll mit Blut hinten. Hier sieht sich hin, ja was. Bam! Bam! Oh, Instakil! Instakil! Instakil ist aktiviert! Auf Deutsch ist es so kacke, auf Englisch immer so, Instakil! Oder so. Und hier ist es einfach nur, nichts. Sofort töten ist aktiviert. Sie können ab jetzt Feinde sofort töten, wenn sie Formular A und B ausgefüllt haben. Ich hab jetzt das zwei Bein für mein Messer freigeschaltet. Hehehehe! Sie boink! Ich hab Reflex für sie fürs Messer. Haha! Shit, Alter, shit. Wo spawnen gehen? Komm mit, komm mit, wir gucken. Ja, ich glaub das sind doch nur die normalen Pimmelschniedel. Hier. Tja gut, bruh! Ich kann nicht glauben! Der M16 glaub ich an der Wand. Guck mal da! Wuuu! Quark, okay dann. Alter, was ist hier los? Oh, da schallt er wieder aus. Genug Strom. Was langen wir jetzt? Langen wir jetzt mit dem... Es lebt nur einer oder warum fängt die Welle nicht an? Bleiben denn die Zombies? Ja, gell, das ist voll seltsam. Wahrscheinlich hat man das Spiel geschafft, wenn man den Generator einschaltet. Genau, sie haben gewonnen. Sie können jetzt raus in den grünen Bus und nach Hause fahren oder blau. Ach! Das sind zwei, der eine hat keine Beine und der andere krabbelt einfach so aus Spaß. Du kannst doch Flasche trinken. Du kannst doch Flasche trinken, der Butzi Butzi. I'm ready, like your daddy. Hoffentlich kommen sie nicht hinter mir, dann bin ich gebummst hier mit dem Geschütz. Ja, das, also ich mein, das Geschütz schießt doch, glaub ich, eh von alleine, oder? Ach so, ich muss nur aktivieren, das schießt dann einfach... Oh ja, 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 mach's an, kauf's, kauf's, kauf's. Nice! Alter! Das ist geil! Alter, lass mal schlafen! Mensch! Ich guck noch Youtube-Videos, wenn die Leute... Ich geh erstmal gar gar weg. Eskaliert der Übel! Oh, wir kriegen ja kein Geld, wir kriegen ja kein Geld, weil das alles killt. Egal, wir machen... Hinter uns! Oh Gott! Shit, Bro! Shit, Bro! Ey, später kommen doch diese Ultraschnellen, die so... dreimal so schnell rennen können wie die anderen. Oh, ja, und diese Krabbelviecher, diese Babys! Oh Gott! Die an der Wand dann blank kuschen. Ja, da ist schon eins aus... Da ist eins! Oh Gott, ich seh's! Das bekrabbelt die Wand unter... Oh, noch ein 9, 9! Wo, zwei? Alter, Alter, komm hin, komm, dann gehen wir zum Beschützer, oder? Oh Gott, ich hab mich gefickt! Ich Idiot! Ich Idiot, Scheiße! Ich hab mich aber auch so dumm in Ecke gestellt. Renn zum Beschützen, aktivierst und du schaffst! Das ist nicht. Fuck, 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 nein, nein! Nein! Wieder Runde 7, fuck! Waren alle hinter mir, aber plötzlich sind die mir auch entgegengekommen. Ah, fuck! Okay, ich glaub ich muss mich jetzt für diese Runde verabschieden. Ja, ja. War aber geil! Auf jeden Fall, dass ich zu Gast sein durfte. Wir machen bestimmt noch ein paar zu mir Runden. Aber hallo. Aber hallo. Dann Welle 200, ist klar. Mindestens. Ja, gut. Dann, ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Und dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Jo! Ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao!